auf Mr. Bam, weil er sich mal wieder verfahren hat, genauso wie gerade. Ey, okay, okay, das muss ich wissen, was erzählen von. Ich bin ja im Auto mit Ju und Simon und Jordan rumgefahren und das Navi hat uns... Ey, Real Talk, es war nicht uns schuld, es war nicht uns schuld, dass wir immer zu spät zu den Sets gekommen sind, ja. Aber Ju hat ein neues Auto, erstmal übergangsweise. Und das Navi in dem Auto war irgendwie ganz komisch. Also er ist immer mit einem Auto von Navi selbst gefahren. Dann haben wir das eingegeben und waren irgendwie eine Viertelstunde weit weg vom eigentlichen Drehort. So Thomas und Carina und so waren schon da. Nach fünf Minuten, wir fahren eine Viertelstunde, sind ganz woanders, rufen an. Jo, wo seid ihr? Ja, okay, schickt den Standort rum, hat Thomas Standort rumgeschickt. Ju klickt auf dem Handy auf den Standort, sind wir zum Standort gefahren. Wieder zehn Minuten weit weg, ganz woanders. Klickt dann nochmal auf den gleichen Standort, zeigt der Standort auf einmal was ganz anderes an. Dann sind wir da hingefahren und dann waren wir am richtigen Standort. Also wir sind dreimal falsch gefahren, aber echt, jedes Mal wegen dem Navi, also wirklich. Es war nicht unsere Schuld. Es war nicht unsere Schuld. Ne, wobei, da war Simon gar nicht mehr mit dabei. Da war Simon gar nicht mehr mit dabei. Da sind wir mit Mamaju gefahren. Aber echt, es war so schlimm, Mann. Es war nicht unsere Schuld.